Hallo meine Süßen, wenn euch interessiert, wie ich diese Haarfarbe hinbekommen habe, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ich habe wieder Extensions von Poppy Fashion geschickt bekommen und ja, die anderen, falls ihr euch fragt, was mit denen passiert ist, die ombrefarben sind, die habe ich so gelassen, einfach für den Fall der Fälle, dass ich jetzt sage, hey, ich möchte, dass das alles wieder rausgeht, dann kann ich einfach Series oben nochmal komplett drüber tönen, Series, also die Farbe hatte ich ja oben im Decker und dann könnte ich einfach genau die Extensions wieder annehmen und habe halt dann einfach dieses ombre, ohne mir nochmal die Arbeit machen zu müssen, was mega schön ist und mir war es auch einfach zu schade, um die Extensions einfach irgendwie so zu entfärben oder wegzuschmeißen, schon gar nicht, weil die noch super perfekt toll in Form sind und deshalb, nein, habe ich die aufgehoben. Ja, diesmal soll es um dieses Haarlook-Ding gehen und ich habe mich mal von einer Fantasy-Figur aus einer Jugend-Kinder-Serie, ich weiß nicht genau, in welchem Alter man die guckt, inspirieren lassen und hatte von vier verschiedenen Charakteren euch ein Bild auf Facebook gepostet und ihr solltet abstimmen, nach welchem ich mich denn inspirieren lassen soll für meine neuen Haare und das ist jetzt dabei rausgekommen. Eigentlich sollte es noch einen kleinen Touch pastelliger sein, weil es wirklich noch sehr knallig ist, aber das Ding ist ja, dass diese Farben ja auch weiter raus verwaschen, wenn ich sie wasche und demzufolge werden sie ja noch pastelliger, also hellen ja noch auf und deshalb ist es nicht so schlimm, lieber zu dunkel als zu hell und dann sieht es doof aus und ich finde die Farbe mega, klasse, cool und ja, jetzt geht es dann einfach damit los, dass ich euch zeige, wie ich die Farben anmische und wie ich das auch meinen Kopf fabriziere und ja. Also ich zeige euch jetzt, wie man sich die Farben anmische und zwar als erstes habe ich erstmal hier in der Hauptfarbe, die sieht für euch jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr aus, aber wenn ich es euch auf eine Ebene schiebe schon, hier habe ich ungefähr, sagen wir so 400ml und da habe ich ungefähr 200ml Spülung drin, also da könnt ihr einfach irgendeine weiße Spülung eurer Wahl nehmen, die halt möglichst günstig ist und ja, nicht so viel Geld verschlingt, weil man davon halt ziemlich viel braucht und ja, ich fange mal mit der Hauptfarbe an und dafür nehme ich die Directions Farben, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, Cerise und Rose Red, das sind halt so pinkliche Rottöne, weil ich halt so einen Magenta-ähnlichen Pinkton haben möchte und als erstes nehme ich halt einen ganz vollen Löffel von Cerise, Cerise, mach das zu, lege den Löffel erstmal ab und dann noch, wie würde ich das ein bisschen sauber hier, damit ich die Farben nicht so vermansche und nehme dann noch so einen, weiß ich nicht, kann ihr das sehen, nicht ganz vollen, also etwas gehäuften Löffel von Rose Red, lege das wieder ab und dann rühre ich es erstmal um und gucke erstmal, was das für ein Ergebnis bringt. Das wird ja etwas mehr pastelliger, eben durch diese Spülung wird das halt heller, als es eigentlich ist und auch verdünnt, sodass ihr weniger Farbe braucht und bei den Pastelltönen müsst ihr generell immer die Farbe ein bisschen dunkler anmischen, als sie dann sein soll, weil die auf dem Kopf immer ein bisschen heller wird, als sie in der Schüssel aussieht und ja, bei euch sieht die jetzt mega rot aus, sie ist aber gar nicht so rot. Hm, egal, ich zeige euch das gleich nochmal in einem anderen Licht, dann sieht das vielleicht besser aus. Ich glaube, jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen, dass es mehr so ein Magenta-Pink mäßig ist, wenn ich jetzt ein bisschen Schatten mache, dann ist es ungefähr so, wie der Farbton wirklich aussieht, also er ist halt so Pink, Magenta, Bla und so. Aber ich denke mal, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er genau das anmischt. So, dann machen wir jetzt den zweiten Farbton. Das wird ja eher so ein hellblau-Mintgrün-Mix. Deswegen habe ich da die Farbtöne Turquoise oder Türkis oder wie auch immer und Alpine Green genommen. Nehme ich als erstes ein bisschen was von diesem Alpine Green. So einen halben Löffel. Natürlich müsst ihr euren Löffel und euer Umrührpinselchen vorher sauber machen. So, das rühre ich erstmal unter. Okay, ja, das wird sehr hell. Also, ähm, aber macht jetzt schon einen schönen Grünstich. Dann nehme ich jetzt gleich das Turquoise noch dazu. Oder Turquoise oder Turquise halt. So. Und von dem Turquise nehme ich nochmal einen guten halben Löffel erstmal. Und jetzt sieht es bei euch in der Kamera schöner aus als bei mir. Bei euch sieht es viel hellblauer aus, als es bis jetzt ist. Jetzt mache ich nochmal einen guten halben Löffel rein. Und noch ein Spitzchen. Und danach mache ich noch ein kleines bisschen Alpine Green rein. So, jetzt mache ich erstmal die Löffel wieder sauber. Dann mache ich noch ein kleines bisschen von Alpine Green dazu. Nur so eine Spitze. Jetzt habe ich halt, das ist in Wirklichkeit noch ein kleines bisschen grünstichiger. Aber sonst im ganzen groben und ganzen halt ein relativ helles Blau mit ein bisschen grünen Stich. Gerade bin ich besonders schön, wenn ihr sehen könnt, weil ich habe jetzt jede Haarsträhne, also ich habe meine Extensions eingeklippt. Und jede Haarsträhne und dazu die gehörige, darunter limmende Extensionssträhne. Einzelnen separat, also erst das Oberhaar, dann das, Entschuldigung, dass es so krabbelt, meine Mama macht gerade Mittag. Das habe ich darunter die Extensionssträhne genommen. Die auch so, dass ich die halt rausnehmen kann und dann nicht das Problem habe, dass die aneinander hängen und ich dann irgendwie so zippe. Also habe ich halt immer da, wo ich dann halt die blauen Strähnchen setzen will, auch hier unten unter den Haaren, unter den Hinterkopf und überall Zöpfchen reingemacht und sehe wunderschön aus. Und ja, dann mache ich die Extensions raus und dann töne ich als erstes meinen Kopf und dann die Extensions. Und beim Kopf wird es wirklich eine Nummer schwieriger als sonst, weil man ja irgendwie gucken muss, dass man die blauen Strähnchen sichert, ohne sie dann einzuschmieren und so. Also mal gucken, wie ich das mache. Und das werdet ihr auch dann gleich sehen. Bis dann! Und das werdet ihr auch dann? Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Das war's.